Ich zeige dir Zigarettenwerbung aus den vergangenen Jahrzehnten und ich kann dir versprechen, es sind ein paar wilde Sachen dabei. Also, bleib dran! Ja, während heutzutage Warnhinweise auf den Zigarettenpackungen zu finden sein müssen, war früher die Werbung in Sachen Tabakware eine ganz andere. Hier nochmal zwei Beispiele für sehr, sehr wilde Werbung. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Hier siehst du, ja, Cigarettes, Cigarettes, The Joy, Give Immediate Relief, also, ja, direkte Erholung, direkte Verbesserung bei Asthma, ja, dann Bronchitis, Heuschnupfen, Grippe oder Kurzatmigkeit. Absolut wild aus meiner Perspektive. Das andere, was hier auch nochmal Ende des 19. Jahrhunderts zu finden ist, ja, 1890, Betty's Asthma Cigarette. Ja, also, da nochmal ganz speziell für Asthma beworben worden. Absolut wild aus meiner Perspektive. Nicht empfohlen für Kinder unter 6. Nicht empfohlen für Kinder unter 6. Also, es gab damals schon Warnhinweise. Also, wie diese Zahl zustande kam, keine Ahnung. Wie das jetzt so die Marke war, um zu sagen, ja, da sollten die Kinder noch keine Zigarette rauchen. Ich weiß es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du siehst, also, das ist wirklich, wirklich wild, wie damals Zigaretten beworben wurden. Ja, Dr. Betty's ist ja natürlich auch so eine, ja, Doktorfigur, Doktor, autoritäre Person. Darum hat natürlich dann auch Anerkennung mit seinem Titel und absolut wild aus meiner Perspektive. Also, hier nochmal ganz spannende Beispiele von Zigarettenwirkungen, die heute definitiv verboten wären. Also, hier, das Kleinkind weiß ganz genau, dass Papa niemals etwas anderes als mal Boro rauchen würde. Absolut wild, in der heutigen Zeit undenkbar. Dann gibt es aber auch noch natürlich solche Sachen wie, ja, ich als Zahnarzt empfehle dir diese Zigarettenmarke. Super, wunderbar, eben insbesondere wegen der Filter. Total interessant. Ja, auch nochmal spannend, wie hier mithilfe von Wissenschaft argumentiert wurde, in der damaligen Zeit, in den 30er Jahren insbesondere, 30er, 40er Jahren, dass eben da keine Nebenwirkungen und keine Effekte auf entsprechende Organe gefunden werden konnten. So wird hier, ja, das Ganze wissenschaftlich argumentiert und deswegen ist es, ja, harmlos, das, was dort geraucht wird. Tja, spannend, auch nochmal hier interessant, viel milder als das, was man sonst so finden kann an anderen Marken. Auch nochmal spannend, wie hier gezielt auf Frauen Werbung ausgerichtet wurde. Und da gab es noch extra Kampagnen für, insbesondere in den 30er und 40er Jahren. Das war nämlich in der damaligen Zeit gar nicht so normal, dass eben eine große Anzahl von Frauen auch geraucht hätte. Ja, lucky girl. Und, ja, auch nochmal spannend, wie sexistisch natürlich das Ganze auch hier ausgerollt wurde. Ja, Zigaretten sind wie Frauen. Die Besten sind dünn und reich. Okay. Auch nochmal spannend hier, wie behauptet wird, dass Passivrauchen eine Möglichkeit sei, Frauen um den Finger zu wickeln. Ja, wie es hier heißt. Blow in her face and she'll follow you anywhere. Ja, hier nochmal ganz spannend, wie auch, ja, vor einigen Jahrzehnten das Thema Equality hier beworben wurde innerhalb der Zigarettenindustrie. Ja, Equality. Der Mann kocht hier hinten und die Frau genießt seine Zigarette. Und, ja, so kann nun auch mit Equality geworben werden. Also, spannend. Kinder, die immer wieder eingesetzt wurden, um die Normalität von Rauchen innerhalb der Familie, ja, aufrecht zu erhalten. Also, das sollte natürlich als normales Bild immer wieder auch vor Augen geführt werden. Also, wie du hier siehst, für die Tabakvermarkter war kein Kind zu jung. Also, da gab es auch keine ethischen Grenzen zur damaligen Zeit, wie du siehst. Und, ja, viele Leute haben sich darauf eingelassen. Das war dann tatsächlich auch natürlich ein süßes Bild für die Leute der damaligen Zeit. Die niedlichen Kinder und, ja, spielend werden die jetzt hier einfach so tun, als wenn die rauchen, ja. Aber, dass damit auch natürlich eine frühkindliche Prägung passiert, ist den Leuten natürlich nicht bewusst gewesen in der breiten Masse der Bevölkerung. Auch hier Virginia Slims, ja, für die Frauen ausgerichtet als Werbekampagne. Slimmer than the fat cigarettes men smoke. Okay, also, das scheint ein Argument zu sein. Auch nochmal ganz spannend. Be happy, go lucky. Ja, also, lucky. Wer möchte nicht glücklich sein, wer möchte nicht happy sein. Also, kann man natürlich auch mit Hilfe von Lucky Strike erreichen. Warum nicht? Auch nochmal spannend, wie Zigaretten hier fast so wie ein Meme in der heutigen Zeit, ja, als Werbung dargestellt wurden. Bist du müde, bist du kaputt hier am Arbeitsplatz, dann, ja, gib dir einen Schub. Ja, werd wieder munter mit Hilfe von Camel. Dann schaffst du das, was du schaffen möchtest. Du bist fit, munter, aktiv, fokussiert. Alles mit Hilfe von Camel. Du siehst, wie wahnsinnig die Werbung damals war. Ja, hier nochmal ein spannendes Beispiel aus den vermutlich 30er, 40er Jahren. Da gab es eine berühmte Sängerin, die für Lucky Strikes wirbt. Und hier heißt es dann im Titel, der Singing Coach, also der Gesangslehrer, empfiehlt ein leichteres Rauchen. Also der empfiehlt nicht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber dann lieber eine leichtere Marke, ja. Also leichter ist dann besser auch für, ja, die Stimme und die Gesangsqualität. Und wer als nicht diese Frau sollte es nicht besser wissen. Also insofern die Empfehlung schlechthin, ja. Aber nochmal ganz spannend. Keep a slender figure, ja. Also bleib schlank, ja. Bleib schlank, du möchtest schlank sein. Ist natürlich auch erstrebenswert. Deswegen, ja, kann natürlich keiner von Hand weisen. Lucky Strikes hilft dir dabei. Und das Beste ist, ist natürlich noch hier geröstet. Also keine Irritationen in der Kehle oder kein Husten zu erwarten. Ja, super, super toll. Das ist hier wirklich eines der wildesten Beispiele, ja. Also 200.000 Ärzte sagen, Lucky's sind weniger irritierend oder weniger problematisch als andere Marken. Weil diese Marke eben geröstet ist, ja. Das ist der Röstprozess, der den Unterschied macht, deswegen vollste Empfehlung aus Sicht der Ärzteschaft für diese Marke. Absolut wild aus meiner Perspektive, wenn man die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in Sachen Krebs beispielsweise hier nebenan legt. Als kleiner Hinweis, ich möchte nochmal auf mein anderes Video verweisen, zum Vater der Propaganda, Edward Bernays, der die Mechanismen zur Beeinflussung großer Mengen von Menschen auch für die Tabakindustrie genutzt hat. Also wenn dich das interessiert, dann schau gerne auf mein Video, ist unten verlinkt. Hier nochmal ein spannendes Beispiel, wie eben suggeriert wird, dass, ja, mit Hilfe von Lucky Strikes in diesem Fall, ja, ein schlankes, sportliches Leben ermöglicht werden kann, ja. Also, wenn du dazu neigst, mehr als nötig einzunehmen, also wenn du dazu neigst, dich zu überessen, ja, dann nimm doch lieber eine Lucky Strike, damit du eben nicht so fett wirst wie hier, dann lieber, ja, ein Hürdenläufer wirst wie hier, ja. Also, das musst du natürlich dann selber entscheiden, ja. Da musst du natürlich selber gucken, was ist dir wichtiger, was möchtest du und dann lieber natürlich das, ja. Mit Hilfe von Lucky Strike ist das hier möglich, so wie diese Werbung sagt. Smart Young Americans are changing to Philip Morris, also die klugen, jungen Amerikaner, ja, die haben eine andere Zigarettenmarke als der große Teil der Bevölkerung, ja. Warum du nicht, ja, warum nicht du auch? Du kannst ja auch den Unterschied machen für dich, weil du wirst dann keinen Zigarettenkater haben. Zigarette Hangover ist ein eigener Begriff offenbar gewesen in der damaligen Zeit. Also, am nächsten Tag jetzt nicht irgendwie kaputt zu sein oder durchzuhängen, weil du zu viel geraucht hast. Nein, nicht mit dieser Marke. Philip Morris macht's möglich. Ja, das ist nochmal ein wildes Beispiel, weil hier natürlich mit Hilfe von einer berühmten Persönlichkeit, ja, auch ein Schönheitsideal gefördert wird, ja. Everyday Reach for Lucky instead of a Sweet. Also, ja, Süßigkeit ist natürlich nicht so toll, wusste man schon zu damaligen Zeit, in den 30er und 40er Jahren, macht eher dick und so, nicht so cool. Also, deswegen greife doch täglich lieber zu einer Lucky Strike. Viel, viel besser, ja. Du bleibst dann eben schlank, du wirst schlank, wie auch hier zitiert wird. Du siehst es da anhand des Zitats. Ja, da gab es dann das Original Lucky Girl und das ist natürlich eine, ja, eine Koryphäe. Das ist natürlich eine Autoritätsperson hier, ja. Und du möchtest natürlich genauso schlank sein wie sie. Ist natürlich klar, ja. Deswegen, ja, ich bleibe schlank, wie sie hier zitiert wird. Ich nehme täglich eine Lucky statt Süßigkeiten. Also, wenn man das jetzt hier in der heutigen Zeit vergleicht, absoluter Wahnsinn, ja. Wie damals geworben werden durfte überhaupt. Und hier nochmal, wie immer, ja, also keine Irritationen im Kehlenbereich, also, ja, kein Kratzen im Hals, ja. Und vor allem kein Husten. Mit Lucky Strike absolut möglich. Das ist nochmal ein Beispiel von einer Kampagne, die des Öfteren eine ganze Zeit genutzt wurde. Also, über lange Zeit eben eine Werbung dargestellt hat, ja. Nationwide Survey, also eine übergreifende nationale Befragung, die, ja, vor kurzem stattgefunden hat. Und da heißt es, Ärzte rauchen lieber Camel anstatt andere Zigaretten. Das ist natürlich eine ganz klare Nummer. Da solltest du natürlich drauf hören. Camel ist also besser als jede andere Zigarettenmarke. Also, ja, dann lieber zu Camel. Ist natürlich jetzt sicherer auch, ja. Die Ärzte müssen es ja wissen. Und insofern, absolute Suggestion, wie hier natürlich auch die Masse der damaligen Zeit manipuliert wurde. Weil, mit Hilfe von Ärzten wurde hier ganz klar für Tabak geworben. Ging sogar so weit, dass vor einigen Jahrzehnten noch gesagt wurde, hier, Gesundheitszigarette. Ja, die Gesundheitszigarette, wie manche Ärzte eben sagen, ja. Also, die neue Marke macht es möglich. Du siehst hier, wird es entsprechend erklärt, wie das Ganze, ja, begründet wird. Müssen wir uns nicht mit befassen. Es ist einfach Marketing gewesen, ja. Es ist einfach Marketing gewesen. Die Autorität von Ärzten zu nutzen, für das Bewerben von Tabakprodukten. Und, um das zu verstehen, empfehle ich dir nochmal mein Video zu Edward Bernays, der dieses Prinzip gekannt hat und ausgiebig genutzt hat. Also, insofern volle Empfehlung für das Video von Edward Bernays zu diesem Thema. Hier nochmal die Suggestion, ja. Möchtest du dick und schwerfällig werden oder schlank und sportlich bleiben? Also, ja, bevor du jetzt sozusagen mehr als nötig isst, ja, dann nimm doch lieber eine Lucky Strike und bleibe schlank. Ja, also hier nochmal die verschiedensten Facetten von dieser Werbekampagne. Wahnsinn. Genau das Gleiche auch für Frauen natürlich, ja. Ja, möchtest du natürlich auch hier als Frau schlank sein und bleiben, ist doch ganz klar. Deswegen, ja, bevor du jetzt zu viel isst oder mehr isst als notwendig, ja, dann nimm doch lieber eine Lucky Strike und dann bist du nicht so dick und schwerfällig wie hier auf diesem schwarzen möglichen Bild. Nein, dann bleibst du schlank und sportlich und bist auch im Schwimmbad attraktiv und schön, ja. Das ist natürlich das, was hier suggeriert wird. Absoluter Wahnsinn. Hier nochmal ganz spannend. Diese Werbung geht ganz aktiv auf, ja, medizinische Wirkungen ein. Und, ja, Halloween, wie du hier siehst, ja, da geht es natürlich um Schrecken und Angst. Und Old Goal sagt hier ganz praktisch, nö, we don't try to scare you with medical claims. Also wir werden dich nicht in Angst versetzen mit irgendwelchen medizinischen Hinweisen. Ja, das ist nochmal mit einer der wildesten Sachen, wenn es auch nochmal um die Frauenbewegung der damaligen Zeit, der 30er Jahre, geht. Also Women are free. Dieser Freiheitsgedanke, der da Einzug gehalten hat, wird natürlich auch von der Zigarettenindustrie aufgegriffen. Zeigt doch auch, dass du gleichgestellt bist, indem du rauchst, ja. Also das wurde hiermit auch suggeriert. Crazy, oder? Hier, das ist nochmal sehr spannend, weil eben auch hier mit Wissenschaftlichkeit argumentiert wird, ja. Scientific Evidence, wissenschaftliche Evidenz, ja, dass diese Effekte des Rauchens hier nochmal auf den Punkt gebracht werden konnten. Und hier heißt es dann, ja, eine bestimmte Anzahl von Leuten haben hier gewisse Zeit geraucht und das, was untersucht werden konnte, ja. Keine negativen Effekte. Also alles easy peasy, brauchst dir keinen Kopf machen um irgendwelche gesundheitlichen Konsequenzen. Das ist übrigens eine Werbung aus den 50er Jahren, also gar nicht so lange her, wenn man das mal vergleicht. Also ich nehme mal die Übersicht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Rauchen. Das muss ich natürlich erwähnen, weil dir natürlich bewusst sein sollte, dass das Rauchen nicht ohne Risiken ist. Also deswegen hier nochmal auf den Punkt gebracht. Es gibt über 5000 verschiedene Substanzen, die im Tabakrauch enthalten sind, viele davon giftig und krebserzeugend. 2018 allein starben über 100.000 Leute an den Folgen des Rauchens in Deutschland. Also, ja, das sind in aller Regel eben verhinderbare Tode, weil Rauchen in deiner eigenen Hand liegt, ja. Das heißt, du kannst auch aufhören, auch wenn es vielleicht nicht so einfach erscheinen sollte. Es gibt Mittel und Möglichkeiten aufzuhören. Andere haben es dir schon vorgemacht. Deswegen möchte ich natürlich hier, wenn du Raucher sein solltest, dir nochmal, ja, diesen Appell mitgeben. Vor allem auch das Thema Sucht, also nicht nur die körperlichen Folgen hinsichtlich Krebs oder Kreislauferkrankungen, Herzinfarktrisiko steigt, Atemwegserkrankungen steigen. Ich habe natürlich auch ein eigenes Video zum Thema Krebs gemacht. Deswegen da Rauchen, ganz wesentlicher Faktor für die Erstehung von Krebs. Aber vor allem auch das Thema Sucht und Abhängigkeit ist ein ganz, ganz eigenes. Das heißt, auch da in der Suchtspirale zu sein und sich da nicht wohl zu fühlen, ist ja ein eigener Punkt für sich. Auch mehr Geld auszugeben, als man sich eigentlich wünscht. Rauchen ist teuer und mit den steigenden Lebenshaltungskosten ist es, ja, ein Problem, wenn ich in der Sucht hängen bleibe und nicht rauskomme, aber gleichzeitig auch nicht das Geld habe, um mich da längerfristig gut zu versorgen, ja, mit meinen gelüsteten Sachen Rauch. Also das heißt, die negativen Folgen sind offensichtlich das Lebensgefühl zum einen, der Suchtfaktor zum zweiten, Geld zum dritten und natürlich die langfristigen gesundheitlichen Folgen, die absolut klar sind, auf wieder Zigarettenschachtel abgedruckt. Ja, das war mein kleiner Beitrag zum Thema Tabakwerbung von vor einigen Jahrzehnten. Wie ich finde, sehr spannend, weil die heutigen Erkenntnisse diese Art von Werbung nicht mehr zulassen. Ich bin gespannt von dir zu hören, wie du diese Art von Werbung in der heutigen Zeit betrachtest. Findest du vielleicht auch in der heutigen Zeit ähnliche Werbungen in anderen Themengebieten, das heißt, wo man vielleicht schon Erkenntnisse hat, die auf gesundheitliche Risiken hindeuten, die aber trotzdem in Kauf genommen werden, weil wirtschaftliche Interessen überwiegen. Kann ja sein, dass es auch außerhalb der Rauchthematik noch andere Beispiele gibt, die du siehst, wo aktiv mit Wissenschaftlichkeit beworben wird, um eine große Menge von Leuten in der Bevölkerung zu bestimmten Produkten zu leiten. Kann ja sein, dass du da einige Beispiele für dich findest. Bin gespannt von dir zu hören, was du da siehst. Ansonsten, wenn dich Gesundheit interessiert, dann abonniere den Kanal. Auf diesem Kanal findest du praktische Tipps rund um das Thema Gesundheit. Also allerbesten Dank für dein Abo, allerbesten Dank für deine Unterstützung und bis bald.